Was ist das Politische in der Kritik der politischen Ökonomie? Ich würde sagen, Ökonomie ist politisch. Jede Ökonomie ist politisch, auch die kapitalistische. Auch wenn die Ideologen des Kapitalismus uns immer wieder die kapitalistische Ökonomie als eine unpolitische, als eine außerpolitische, als eine vorpolitische verkaufen wollen. Sie inszenieren die Ökonomie in ihrer historisch-spezifischen Form, die gegenwärtige Ökonomie, als eine Ökonomie, die es in dieser Form immer schon gab. Man versucht, sich von den Ideologien zu lösen. Und es ist eine grundlegende Gesellschaftstheorie. Es ist also keine Binnenökonomie, keine Volkswirtschaftslehre, was er macht. Für Marx das Entscheidende war, war nicht die Analyse der kapitalistischen Gesellschaft an sich und der einzelnen Gesetze über das tendenzielle Fall der Profitrate, Mehrwertgesetze und, und, und. Sondern wie im Kapitalismus, durch diese Dynamik des Kapitalismus, ungeheuer viele Potenziale entstehen, die über ihn hinausweisen. Mein Name ist Michael Brie. Ich arbeite für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, habe sie mit aufgebaut und beschäftige mich jetzt vor allen Dingen mit Theorie und Geschichte des Sozialismus, der Frage von Transformation kapitalistischer Gesellschaft. Ich bin Wolfgang Fritz Hauck. Durch Zufälle entstand 1959, ich war 23, eine Zeitschrift, das Argument. Und bis zu einem gewissen Grad bin ich das Produkt dieses Zeitschriftenmachens. Mein Name ist Vini Adamczak. Ich arbeite als Autorin und Künstlerin in Berlin-Kreuzberg. Ich habe das Kapital in der Schule nach einem Schulstreik gelesen und mich seitdem auch immer wieder mit marxistischer Theorie beschäftigt, insbesondere mich darum bemüht, Marx mit Butler in ein imaginäres Gespräch zu bringen. Der Marx ist ja kein Marxist zunächst. Er ist ein brillanter, junger, bürgerlicher, promovierter Philosoph. Er nimmt einen den Standpunkt der Allgemeinheit. Also nicht der Sonderinteressen. Das ist der Punkt. Damit ist er schon im Gegensatz zu den jeweils herrschenden Interessen. Das Buch heißt ja das Kapital. Man könnte sagen, das ist auch das alte Testament, das alte Testament der kapitalistischen Gesellschaft. Das Kapital ist Gott. Und der Imperativ, also das Gebot des Kapitals ist, verwertet euch. Also wenn wir Kinder haben, sagen wir, macht euch fit für den Arbeitsmarkt, damit ihr verwertbar seid. Wenn wir über eine Kommune reden, sagen wir, wie organisieren wir den Standort so, dass Investoren kommen. Also wie können wir die Kommune in Wert setzen. Oder Standort Deutschland und so weiter. Das wird präzise sozusagen als Grunddynamik dargestellt. Wenn wir arbeiten, arbeiten wir immer nur, um die Bedürfnisse anderer zu befriedigen. Und gleichzeitig können wir unsere eigenen Bedürfnisse nur befriedigen durch die Arbeit von anderen. Von den kleinsten bis zu den großen Bedürfnissen können wir alle unsere Bedürfnisse nur befriedigen durch die Arbeit von ungezählten Millionen von anderen. Und gleichzeitig erscheint es nicht so, als wären wir von denen abhängig, von diesen vielen anderen Menschen, sondern es erscheint so, als wären wir abhängig einzig und allein vom Geld. Der höchste Preis im Kapitalismus, den die Konkurrenz aussetzt, ist Arbeit abzubauen. Warum? Wer produktiver produziert, also mit weniger Arbeit, das gleiche Produkt oder mit gleicher Arbeit mehr Produkt, schlägt Konkurrenten aus dem Feld. Marx macht dann Folgendes, er sagt, ja, wenn das aber so ist, dann kommen wir doch an eine Situation, wo wir ganz viel verfügbare Zeit haben. Und wir versuchen nun ständig dafür zu sorgen, dass genug notwendiger Arbeit da ist. Dass also alle in Lohnarbeit sind, also alle möglichst viel notwendiger Arbeit leisten. Eigentlich entsteht aber ein ganz anderer Reichtum. Weil wir aus dem Kapital von Marx auch lernen können, dass es eben nicht nur darum geht, den ausbeuterisch ungleich produzierten Reichtum lediglich nachträglich mit Hilfe des Staates anders zu verteilen. Weil in dieser Perspektive Menschen nur als Konsumentinnen auftauchen. Im besten Fall als Empfängerinnen von staatlichen Bezügen, Almosen, Leistungen. Sondern dass es darum geht, diesen gesellschaftlichen Reichtum, als materiellen Reichtum, aber auch als sozialen, als auch geschlechtlichen, sexuellen Reichtum und so weiter, anders zu produzieren, anders zu reproduzieren. Darüber redet gar keiner, wenn er das Kapital liest. Über die soziale Revolution und die Diktatur des Politeials. Und dann muss man sich fragen, was vielleicht auch Diktatur des Politeials unter heutigen Bedingungen heißt. Die Masse der Fließbandarbeiter der 70er Jahre, die das Rückgrat bildeten, der, wie wir sagen, fordistischen Arbeiterklasse, die große Sieg eingeheimst hat, große Fortschritte für sich herausgeholt hat, das ist Geschichte. Und ein namenloses Heer von teils lohnabhängigen, teils formal Selbstständigen, Scheinselbstständigen, das sich gar nicht als Arbeiterklasse heute versteht, ist aber die real existierende Arbeiterklasse. Also wenn diese neue Vielzahl von Menschen, die abhängig von Lohnarbeit in einer oder anderen Form, auch informeller, abhängig sind, lernen, sich wieder gemeinsam zu verstehen, dann sind sie eine unwiderstehliche Kraft. Wenn nicht, dann nicht. Aber die Frage zu stellen, überhaupt erst mal zu stellen, wie wollen wir leben? Die Frage zu stellen, welche Bedürfnisse wollen wir befriedigen? Durch die Aufwendung welcher Arbeiten? Wie wollen wir diese Arbeiten organisieren? Gemeinschaftlich. Diese Frage zu stellen, würde bedeuten, das Politische in die Ökonomie zu zwängen, das Politische in die Ökonomie zu realisieren. Und diese Frage zu stellen und sie gemeinsam mit allen, die von dieser Frage betroffen sind, radikal-demokratisch zu beantworten, das heißt mit allen zu beantworten, das wäre dann in der Tat kein Kapitalismus, das wäre Kommandismus. Die head sayung, die к adversITH ist auf Nationalspções, die w Ant parcelieren, Das wäre dann bei der T course nicht sahes gibt, die von der Tco eine Kooper Employee, die von der T giftufel mit May vedáis. Vielen Dank.